Schön, dass wir alles zusammensitzen können. Lecker Toma- Was machst du denn? Was soll denn die Sauerei? Was hast du jetzt vor, Dominik? Ich will mehr Eier. Wo sind meine Eier? Der neunjährige Dominik ist ein überdurchschnittlicher Schüler und hat gerade eine Klasse übersprungen. Ernährungsberater Mike Kalani wurde von Familie Keller um Hilfe gebeten, da sich der sonst vernünftige Junge bei jeder Mahlzeit seit einigen Wochen äußerst störrisch verhält. Unser Sohn, der isst seit Wochen und Tagen nur noch Eier. Wir kommen überhaupt nicht mal an den Rand. Nur noch Eier, Eier, Eier. Nur noch Eier. Wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Alles klar. Sonst nur nimmst sein Leibgericht und sogar das hat er jetzt einfach verschmäht und weggeschmissen. Wie lange geht denn das jetzt schon so? Seit 14 Tagen essen nur noch Eier. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass ich mit dem, Dominik heißt er, mal kurz alleine spreche. Und damit wir mal gucken, dass wir das Eis ein bisschen brechen. Kein Problem. Alles gut. Alles klar. Dem Sozialarbeiter und Ernährungsberater ist bewusst, dass einseitige Ernährung besonders bei Kindern im Wachstum schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Und Dominik verweigert neben Eiern jegliche andere Lebensmittel. So sind Mangelerscheinungen vorprogrammiert. Ich habe gehört, du hast so ein bisschen Probleme gerade mit dem Essen. Kann das sein? So ein bisschen, ne? Ist gar kein Problem. Was hältst du davon, wenn wir was zusammen machen jetzt? Tee. Ja? Mike Kalani möchte beim gemeinsamen Kochen spielerisch herausfinden, was Dominiks Abneigung gegen alle übrigen Nahrungsmittel ausgelöst hat. Der Ernährungsberater hilft dem Jungen beim Zubereiten und zunächst deutet nichts darauf hin, dass die Situation gleich aus dem Ruder laufen soll. Spiegelei ist dein Lieblingsgericht, ne? Ja. Super. Ich esse das am liebsten. Am liebsten? Ja. Gut. Und auch in den letzten Tagen hast du es sehr oft gegessen wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn wir jetzt hier dieses Gericht, ähm, dieses Rührei jetzt hier fertig gemacht haben, was hältst du davon, dass du dann ein bisschen was vom Ei isst und ein bisschen von den super Nudeln und der Tomatensauce? Nee. Wirklich nicht? Nein! Boah, wieso versteht mich keiner? Boah, lasst ihr mich bitte auch in Ruhe. Als ich dann zu Dominik in die Küche gekommen bin, um mit ihm das Rührei vorzubereiten, habe ich ihn gefragt, ob er gerne das Ei mit dem Nudeln verbinden möchte. Und da ist er sofort ausgerastet und ist sofort ins Wohnzimmer gerannt. Und das war sehr erstaunlich für mich und sehr überraschend, weil ich das nicht erwartet hätte. Weder der Ernährungsberater noch die Eltern können sich bisher erklären, was der Auslöser für Dominiks aktuelle Essensverweigerung sein könnte. Dass der Junge zunehmend aggressiv reagiert, macht Mutter Lara und Ehemann Daniel zusätzlich große Sorgen. Man sieht es ja auf dem Tisch, der umgekippte Teller mit den Nudeln. Und dann hier die Eierschalen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass da so ein leichter Chaos jetzt, der hier gerade herrscht. Ist da irgendwas vorgefallen in der letzten Zeit? Nein, also wie gesagt, beim Arzt war ich noch mit ihm gewesen, da war auch alles in Ordnung. Bei der Oma war ja was, hat der Salat mit ihr gemacht, ne? Ja, da war da die Schnecke drin, ne? Da war eine Schnecke im Salat, ja. Aha, okay, gut. Und was war dann, was ist passiert? Das ist so geekelt so ein bisschen, ne? Ah, okay, gut, alles klar. Also, was ist das denn? Oh, Salat, Schnecke und das fand er gar nicht gut. Okay, gut. Das war dann wirklich, wo er sagte, oh, dass das vielleicht der Zusammenhang ist. Und das ist seitdem, dass er die Schnecke im Salat hatte, seitdem ist es so ein bisschen... Da fing das schon so ein bisschen an, es konnte einen Zusammenhang geben. Okay, gut. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich versuche, nochmal mit dem Dominik zu sprechen, wenn das für ihn recht ist. Und um mal ein bisschen herauszufinden und das Eis ein bisschen zu brechen, weil ich merke jetzt schon, dass eine extreme Stimmung hier ist, eine extreme Spannung. Der Neunjährige mauert weiter. Auch jetzt lenkt sich der überdurchschnittlich gute Schüler wieder mit Lesen ab. Sein liebstes Hobby. Erst zum Halbjahr hat Dominik eine Klasse übersprungen und ist aufs Gymnasium gewechselt. Der Familienhelfer ahnt, dass hinter der neu entwickelten Wut eine verborgene Angst stecken. Meine Güte, du bist einfach weggerannt. Ich habe mich schon gewundert, was da los ist. Ja. Aber ich kann es gut verstehen. Manchmal will man einfach nicht mit Erwachsenen sprechen. Da will man einfach wegrennen und ihnen Ruhe gelassen werden. Sag mal, was liest du da für ein Buch eigentlich? School Crime. Wer hat meine Turnschuhe geklaut? Ja? Ja. Coole Geschichte? Ja. Ich habe da so eine Geschichte gehört von deiner Mom, als du bei einer Oma gewesen bist. Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen? Ja. Und dann habe ich gedacht, es könnte sein, dass wir jetzt vielleicht nochmal etwas machen können, um herauszufinden, was das Problem bei ihm ist. Ich habe eine gute Idee. Was hältst du davon, wenn wir jetzt nochmal in die Küche gehen und einen Salat zusammen machen? Ein Eiersalat. Ein Eiersalat. Ein Eiersalat. Ein Salat. Genau. Das wir das jetzt erstmal zubereiten. Okay. Ja? Ja. Willst du vorgehen und mir zeigen, wo alles ist? Ja, klar. Die Idee war, sauberer Salat, also einen Salat mit ihm vorzubereiten, wo er auch ganz genau sehen kann, dass da keine Tiere drin sind. Um natürlich aber auch nochmal herauszufinden, wie er sich dabei verhält. Hat er wirklich eine Abneigung gegen Gemüsesalat oder ist es einfach nur ... Ist es was anderes? Dominics mutmaßlicher Ekel vor gesunden und frischen Lebensmitteln könnte eine Erklärung dafür sein, dass er sich nur noch von Eiern ernähren möchte. Doch warum der Fünftklässler wirklich so eintönig ist, bringt erst der zweite Anlauf des gemeinsamen Kochens zu Tage. Jetzt haben wir den Salat fertig, die Eier sind auch schon fast fertig. Was hältst du davon, wenn du das alles gemeinsam mit zusammen isst? Nee, nee, ich ess nur die Eier dann. Nur die Eier? Ja, ja. Aber der Salat ist doch schön. Guck mal, keine Tiere, keine Schnecke drin. Tut mir leid, aber ich ess leider nur Eier. Du willst nur die Eier essen? Ja. Er hat gemerkt, als wir es vorbereitet haben, dass es für ihn auf jeden Fall kein Problem gewesen ist. Es war für ihn vollkommen in Ordnung. Nur als dann ich ihn gebeten habe oder ihm gefragt habe, ob er den Salat mit den Eiern zusammen essen möchte, hat er ganz stark sich bezogen, dass er nur die Eier haben möchte und nicht den Salat. Wenn wir in die Küche gelaufen sind, habe ich den Eierkarton auf dem Boden gesehen. Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen, warum der auf dem Boden ist? Ich bin auf einmal ausgerastet, habe aus dem Kühlschrank die Eier geholt, habe mir die aufgeschlagen. Ich war so wütend auf meine Eltern, dann habe ich den auf dem Boden gespürt. Aber was macht dich denn so wütend, dass du nur Eier jetzt zum Beispiel essen willst? Was ist denn der Grund? Weil die mir Nudeln geben und ich möchte halt nur Eier. Okay. Aber ich dachte, dass Nudeln und Tomatensauce auch dein Lieblingsgericht ist, oder? Hast du doch vorher, haben deine Eltern dazu gehört? Ich möchte aber lieber Eier. So. Gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir deine Eltern nochmal dazu holen, oder? Okay. Ja? Wollen wir das machen? Ja. Ich habe die Eltern dazu geholt, weil ich wollte, dass er auch mit mir und mit mir und mit deinen Eltern einfach ein gutes Gefühl bekommt, dass wir gemeinsam wirklich versuchen wollen, eine Lösung für sein Problem zu finden. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass das Ei eine bestimmte Bedeutung hatte. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, als wir jetzt den Salat angerichtet haben und wir natürlich auch nochmal mit der Situation gesprochen haben wegen der Schnecke im Salat, dass es zwar ekelerregend für ihn gewesen ist, aber jetzt in der Situation nicht das Problem ist. Also das können wir auch schon mal ausschließen. Ja, aber welche Rolle spielt denn jetzt das Ei? Also, das ist eine gute Frage. Ja, Papa, ich wollte halt schon immer so groß und stark wie du sein. Ach, du bist ja der Größte und der Stärkste hier. Ach gut. Ach so, da wird der Winter. Dein Eiweißpulver. Ein Eiweißpulver. Mein Eiweißpulver. Warum sprichst du denn nicht mit uns? Jetzt wäre es natürlich wichtig, dass du uns mal sagst, was so das Problem für dich ist mit den Eiern. Okay. Also in meiner Klasse bin ich halt der Kleinste und selbst die Mädchen sind größer als ich. Jeder. Und ich werde immer ausgelacht. Jeder Tag. Ach so. Und ich wollte es halt nicht erzählen. Jetzt verstehe ich. Weil wenn meine Eltern zum Beispiel in die Schule gehen, dann werde ich noch mehr behänselt. Die neun Mitschüler auf dem Gymnasium sind ganze zwei Jahre älter als Dominik, der eine Klasse übersprungen hat. Der Junge hatte gehofft, durch die vielen Eier schneller zu wachsen und nicht länger aufzufallen. Mike Kalani macht dem Neunjährigen klar, dass einseitige Ernährung bei seinem Vorhaben jedoch eher schadet als hilft. Es ist schön wichtig, dass du dich ausgewogen ernährst. Weil wenn du nur Eiweiß isst, also nur Eier isst, das reicht nicht für den Wachstum. Du brauchst Obst, du brauchst Gemüse, du brauchst gewisse Kohlenhydrate. Und wenn du das alles mit dem Eiweiß dann mixt, dann hast du die beste Voraussetzung, auch groß und stark zu werden. Vielleicht sogar noch größer als dein Papa. Ja klar, komm mal wieder das weiter, ja. Emma, du weißt doch, ja. Du musst auf jeden Fall größer werden. Ganz genau. Mach dir da nicht so viele Gedanken, ne? Okay. Wird schon alles kommen. Ja? Tut mir übrigens leid wegen dem Teller. Ach, alles gut. Brauchst du nicht leid? Alles gut. Dominik hat verstanden, dass er um richtig groß zu werden viele verschiedene Sachen essen darf. Obendrein hat er einige Wochen später einen Wachstumsschub gemacht. Der Fünftklässler ist immer noch gerne Eier, kann sich aber auch wieder für andere Gerichte begeistern, auch seine geliebten Nudeln. Das ist ein paar Jahre altes pflegen. Das ist ein paar Jahre altes pflegen. Aber das ist eine große große Herausforderung.